Einfach Frankfurt, mein Verein. Wie kommt man zu seinem Verein? Im Grunde wie die Jungfrau zum Kind. Per Geburt. Geburtsrecht. Ja, ich muss dazu sagen, als ich in der Grundschule war, hatte ich es eher mit Borussia Mönchengladbach, weil mein Bruder Gladbach-Fan war. Ja, okay. Das sind so Wirrungen am Anfang. Genau. Und dann irgendwann, also ich habe es dann irgendwann nicht mehr eingesehen, warum sollte ich mir irgendeinen Verein suchen, der 400 Kilometer weg von daheim ist, wenn ich einen Bundesliga-Verein zu Hause habe. Dass sie jetzt beim Messi nicht zugeschlagen haben, das hat mich geärgert. Das nervt mich auch. Das wäre doch jetzt eine Chance gewesen, den Messi zu holen. Ja. Aber gut, wie gesagt, man trägt alle Entscheidungen mit und wenn man da nicht zuschlägt, dann wird das seinen Grund haben. Ja, wahrscheinlich. Was soll's? Ja, meinst du? Ja, ja. Das war zu billig. Glauben nicht. Ich habe dir was mitgebracht. Was denn? Guck mal her. Kannst du dich daran erinnern? Eine Tablett? Nein, die 22. Ach, wo wir zusammen drauf gesessen haben? Ja. Als wir noch jünger waren. Ach ja, als wir noch drauf gepasst haben. Genau. Und was du dann ja auch genommen hast? Ja, das habe ich ja abgeschraubt. Ja, genau. Dann war es ja, müssen wir ja nicht erzählen. Es war ein bisschen, ja, es ging halt hoch her damals. Ja, aber das mit dem Stadionverbot war nicht gut, was ich dann hatte oder was wir dann hatten. Ja, europaweit. Aber es ist eine Sitzschale. Original aus dem Waldstadion. Ist ja Holz. Nur die Frage ist, wie hat man da drauf gesessen? Hat man sich durchs Blut abgeschnürt? Ja, ja. Ich finde es auch unbequem. Es war auch unbequem. Ja, es geht ja voll in die Oberschenkel. Ja, genau. Ganz schön hart. Ja, aber habe ich ein schönes Geschenk, oder? Ja, absolut. Danke, danke, danke. Die Eintracht wird Meister. Das sage ich. Die Eintracht wird Meister. Das sagen wir immer. Das sagen wir immer. Die Eintracht wird Meister und irgendwann werden wir als Propheten dastehen, wenn es irgendwie, wenn wir das noch erleben. Also ich bin kein Wettgänger, aber ich setze immer 10 Euro auf die Eintracht als Meister. Es kann ja immer passieren. Ja, ja. Und dann, dann aber, dann mache ich mich satt. Ja, dann, ja.